Noch schnell drei dienstliche e-mails abends auf dem sofa schreiben und morgens beim frühstück auch schon den kollegen am telefon haben das alles ist in vielen branchen realität moderne und innovative firmen sind schon längst von der klassischen 40 stunden woche abgewichen und lassen ihre angestelltinnen und angestellten maximal fünf stunden am tag ins büro kommen urlaub gibt es wann und wie viel man möchte ihr habt euch dieses thema bei whatsapp gewünscht und bekommt jetzt alle facts zur arbeit der zukunft herzlich willkommen bei klick zum science fiction ja los geht's Die grenze zwischen arbeit und freizeit in vielen branchen wie beispielsweise im it- oder medienbereich schon längst nicht mehr klar definiert der chef erwartet dass man auch nach feierabend seine mails schickt und zu hochzeiten auch nachts im büro sitzt und das projekt weiter vorantreibt dafür gibt es dann ausgleichstage oder mehr geld doch wer schreibt sich wirklich über stunden auf wenn er daheim auf dem sofa mails von kollegen und kolleginnen beantwortet wenn auch nach feierabend noch weiter an der neuen kampagne gearbeitet wird doch genau dass die realität in der arbeitswelt sehen statistiken offensichtlich nicht immer wieder gibt es die forderung von verschiedenen seiten dass der acht stunden tag abgeschafft werden muss von arbeitgeber verwenden aus der wirtschaft und auch aus der politik zuletzt im november vergangenen jahres von den fünf wirtschaftsweisen das ist ein beratungsgremium der bundesregierung in einem interview mit der welt am sonntag sagte dazu der vorsitzende christoph schmidt firmen die in unserer neuen digitalisierten welt bestehen wollen müssen agil sein und schnell ihre teams zusammenrufen können die vorstellung dass man morgens im büro den arbeitstag beginnt und mit dem verlassen der firma beendet ist veraltet die konkrete forderung lautet nicht die tägliche arbeitszeit auf acht stunden zu begrenzen sondern die maximal zeit von 48 stunden pro woche einzuhalten zudem wird gefordert die ruhezeit von elf auf neun stunden zu beschränken aber ist es nicht höchste zeit flexibler zu denken denn viele identifizieren sich mit ihrem job können oder wollen arbeit und privatleben nicht mehr voneinander trennen und der begriff work life balance besteht ja tatsächlich aus beiden begriffen ganz nach dem motto work gehört zu life und andersherum zudem ist es beispielsweise in den kreativen branchen lächerlich zu sagen liebe angestellte ihr müsst um 8.30 da sein und ab dann auch auf knopfdruck kreativ sein geht das nicht viel besser auf dem balkon oder im café nebenan vielleicht ist das auch einer der gründe warum mittlerweile immer mehr unternehmen home office anbieten nach einer aktuellen studie sind es trotzdem aber nur noch 16 prozent der arbeitenden bevölkerung die tatsächlich im home office arbeiten hauptsächlich liegt das der befragung zufolge Daran dass das natürlich nicht in allen branchen möglich ist weder verkäufer noch Paketfahrerinnen und Paketfahrer können eben von zu hause aus arbeiten und auch in anderen bereichen wie etwa im krankenhaus macht das absolut keinen sinn da müssen dienstpläne Eingehalten werden und auch auf der baustelle ist klar dass man nach acht stunden spätestens körperlich fertig ist aber Ist der acht stunden tag nicht im großen und ganzen schon längst geschichte Fest steht jedenfalls dieses arbeitsmodell wurde 1918 in deutschland eingeführt aber schon 1932 gab es erste kritik der philosoph bertrand roussel war der meinung dass der Technologische fortschritt schon bald dazu führe dass die wöchentliche arbeitszeit auf unter 20 stunden Reduziert werde als voraussetzung dafür nannte er gute kommunikation und Organisation auch viele politiker fordern immer mal wieder sechs stunden tage mögliche vorteile liegen Auf der hand eine ausgeglichenere work-life balance gesteigerte motivation bessere leistungsfähigkeit Und 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 es gibt zahlreiche studien die belegen dass man mit 60 wochen stunden und mehr Seine gesundheit riskiert immer wieder fordern forschungsteams deswegen eine 25 stunden woche längst sind die zeiten bei vielen vorbei als man dem kollegen am fließband die schichtarbeit übergab nach hause ging und sich entspannte Eigenverantwortlichkeit im job ist das stichwort keiner weiß so wirklich wie viel wir wirklich arbeit nie zukommt viele unternehmen die vor allem das wissen ihrer mitarbeiterinnen und mitarbeiter als kapital haben setzen mittlerweile auf vertrauen es ist egal ob zu hause Oder im büro gearbeitet wird hauptsache das endprodukt stimmt das machen wir übrigens auch hier bei united creators meiner firma die klicks um produziert Im ausland wie etwa in schweden gibt es einige unternehmen die mit dem sechs stunden tag Experimentieren in tech start ups genauso wie in krankenhäusern oder pflegeheimen in der woche kommen die angestellten also auf nur noch 30 statt 40 stunden Aber auch in deutschland tut sich langsam etwas so beispielsweise in einer bielefelder agentur das neue arbeitszeit modell sieht 25 wochenstunden vorheiz montags bis freitags von 8 bis 13 uhr kein home office keine erreichbarkeit nach feierabend aber Selbes gehalt und dieselbe anzahl an urlaubstagen der geschäftsführer will damit höhere zufriedenheit bei seinen mitarbeiterinnen und mitarbeitern Erreichen bei gleichem arbeitsergebnis Wow es geht hier um das ergebnis des teams nicht um die einzel leistung e-mails werden nur zu bestimmten zeiten gecheckt ansonsten wird Fokussiert gearbeitet und nach der ersten testphase kommen na klar die ersten probleme auf der Sozialkontakt unter den mitarbeiterinnen und mitarbeiter kommt in dieser zeit zu kurz die personalentwicklung gestaltet sich in fünf stunden schwierig Aber der geschäftsführer lasse reinganz ist überzeugt von seinem konzept zitat ich glaube an die sache und ich wünsche mir dass die Arbeitswelt darüber diskutiert noch etwas krasser ist das innovative Arbeitsmodell eines berliner startups hier dürfte jeder am anfang arbeiten wann er will urlaub machen wann und wie lange er will von der couch aus arbeiten Oder vom strand in thailand mittlerweile gibt es diskussionen über die wünsche und ziele des einzelnen und des gesamten unternehmens zum beispiel Wie hoch soll das gehalt sein jetzt steht fest jeder bekommt ein grundgehalt und dazu kommen zuschläge je nach erfahrung Ausbildung lebensumständen und der funktion in der firma immer noch kann jeder so viel urlaub machen wie er will und das wird nicht Ausgenutzt die mitarbeiter und mitarbeiterinnen nehmen nicht viel mehr frei als früher dafür hat das modell viele vorteile es beweist nicht nur dass man Freizeit und arbeit vereinbaren kann sondern auch persönliche freiheit mit erfolg und karriere nach angaben der geschäftsführer ist die motivation der Mitarbeiterinnen und mitarbeiter ins unermessliche gestiegen auch in anderen unternehmen weltweit wurde solch ein arbeitsmodell auf vertrauensbasis Bereits getestet oft mit erfolg es gibt aber auch berichte nach denen das konzept ins gegenteil Umgeschlagen ist die mitarbeiter haben sich untereinander Angestachelt noch mehr zu arbeiten wer urlaub genommen hat wurde als drücke berger abgestempelt davor warnt auch beispielsweise Die industriegewerkschaft bergbau chemie und industrie konkret heißt es wenn beschäftigte immer mehr freiheiten in der arbeitsgestaltung haben Arbeiten sie oft umso länger und härter Flexible formen der arbeitszeit gestaltung führen statt zu mehr spielräumen zur arbeitszeit verlängerung und zur arbeitsintensivierung Es bleibt also spannend wie sich die arbeit der zukunft entwickelt wenn ihr als erstes neues zum thema arbeit der zukunft Und zu allen anderen themen erfahren wollt dann addet meine telefonnummer bei whatsapp dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten video Garantiert ihr könnt dort direkt über mich in der redaktion von klick so mitmachen und mit themen vorschlagen oder an abstimmungen teilnehmen und so Mitbestimmen was hier bei klick zum passiert der direkte draht zu mir einfach hier draufklicken Und dann geht alles quasi wie von selbst natürlich nicht das abo mit der Genau vergessen und hier geht es weiter mit auch dafür draufklicken die fünf besten methoden zum lernen ansonsten bis dann bleibt dran